Die Mietpreisbremse kommt. Das ist ein guter Tag für die Mieterinnen und Mieter in unserem Land. Für uns als Union war immer klar, wir wollen die Mietpreisbremse. Wir wollen nicht, dass Menschen und insbesondere junge Familien aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden. Für uns war aber auch immer klar, dass wir nicht nur bei den Symptomen herumdoktern wollen, sondern dass wir die Ursachen angehen wollen. Und da gilt, das beste Mittel gegen steigende Mieten ist immer noch der Bau von neuen Wohnungen. Und deswegen haben wir immer darauf gedrungen, dass die Mietpreisbremse nicht zu einer Investitionsbremse werden darf. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt durchgesetzt haben, Neubauten sind ausgenommen vom Anwendungsbereich der Mietpreisbremse. Das gleiche gilt für umfassende Modernisierungen. Wir haben eine klare Befristung auf fünf Jahre. Wir haben objektive Kriterien, anhand derer die Wohnungsknappheit konkret nachgewiesen werden muss. Und wir nehmen die Länder in die Pflicht, dass die auch etwas dafür tun, dass neue Wohnungen gebaut werden. Das gilt Planungs- und Investitionssicherheit für all diejenigen, die Geld in die Hand nehmen wollen, die investieren wollen in den Wohnungsneubau. Und das ist gut vor allen Dingen für die Mieterinnen und Mieter in unserem Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017